Hallo Leute, da ist der Baum Freunde. Es wird Zeit, den Adventskalender zu plündern. Ich lass die Hosen runter, Freunde. Und Nummer 1 wird gezündet hier. Da ist er auch schon. Schnappet du die. Da kann der Spaß beginnen. So Freunde, Johnny on Tour ist mal wieder da. So, kleine Autobahnraststätte hier. Und da hinten habe ich den Grill aufgebaut für die Zwischenwurst. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, hier ist er auch schon. Der kleine Weber hier. Ein bisschen Besteck hier und die Brote von gestern Abend gemacht. Hier nochmal gezeigt wie es geht. Halber Liter Wasser rein in den Topf hier. ganzen Hefewürfel reinlümmeln hier. Und dann Zucker hinterher. Zucker für die Girls. 2 Löffel. Umrühren hier. Kilo Mehl hinterher lunsen. Da ist er auch schon. Und dann Parmesan. Eine ganze Packung geschreddert. Ich glaube 200 Gramm waren es. Und dann Röstzwiebeln. Auch mal 200 Gramm. Und zwei Eichen. Und dann natürlich Olivenöl. Einen guten Schuss, Freunde. So, jetzt wühlen wir das ganze Ding um hier. Und kneten. Kneten und kneten bis das Ding an hier so ein Teig wird. So, hier. Schneller Teig hier. Einmal einen warmen Ort stellen und dann sind wir auch schon wieder hier. Tadaa. Aufgegangen ist der Spaß. Das packen wir auf dem Backblech hier, Freunde. Und dann sieht das so aus. Juuuui. Vier kleine Baguettes. So, Schälchen Wasser unten rein in den Backofen. Full Power auf 200 Heat. Und dann Olivenöl noch ein bisschen drüber geben hier. Hier auch noch mal ein Karat. Und dann schmieren wir das ein bisschen ein hier mit der Hand. Einmal drüber lunsen hier über jedes Brötchen. Fertig ist die Kiste. Ofen ist auf 200 Grad. Rein damit, Baby. Jawoll. Und dann 15 Minuten circa. Und dann sieht das Gefährt so aus hier. Oh. Sehr gut. Da sind sie auch schon. Hier. So muss es sein. Nochmal einen kleinen Beauty-Shot oben drüber hier. Richtig gesehen. So. Ich säg mal vorher. Als Lunchpaket hier. Fluffig sind sie auch, wie ihr seht. Sehr gut. So. Und jetzt ab auf der Autobahn wieder, Freunde. So, Freunde. Ja, hier sind wir auch schon wieder. Er hält hier mal gerade. Und ich mach hier mal den Deckel auf hier. Vom Webber her. Zack. Hab da schon ein bisschen was mitgebracht hier. Paar Kohlen. Paar Anzünder. Alles da mit. Gelunzt hier. Sehr gut. So. Gitter unten raus hier. Bisschen schneller hier. Kohle drauf hier. Hab ja kein Anzündkamin gerade dabei gehabt hier. Und dann zünden wir mal die Kohlen an hier. So. Los geht's. So. Und dann. Hier drin haben wir nämlich was Schönes. Da wird ja gleich was ordentliches gelunzt. Richtig, Freunde. Die Zwischenwurst. Oh, ein bisschen. Ja. Es glüht schon hier ein bisschen. So. Zur Seite packen. Eine Zone hier, wo nicht so viel Heat ist. Machen. Ja. Links Kohle. Rechts Heat. Jetzt müssen wir es mal mit dem Bacon brutzeln hier. Backpapier aufs Backpapier. Ja. Und dem Bacon geht nichts. Jetzt müssen wir einfach durchsägen hier. Ja. Richtig gesehen hier. Mit Schale drauf. Direct Heat. Ja. Und jetzt habe ich noch ein Tütchen Sugar. Da gebe ich überall was drauf hier. Sweet Onion. Sugar für die Girls. Und auch den Bacon ein bisschen. So. Bickel zu. Oh. Sieht schon mal sehr gut aus. So. Die stelle ich mal rüber hier. Die können noch ein bisschen weiter backen. Aber ihr seht schon, sie sind weich. Fantastisch. Und Zeit für ein paar Würstchen hier. Krakauer hier. Geschnappt. Mit Käse drin. Und dann wird gewürstet hier. So. Fünf Lümmel rausgeholt aus der Tüte. Oh. Zwischenwurst, Freunde. Jawoll. Bacon hier. Sieht schon mal sehr gut aus. Ich klebe ihn einfach erstmal oben drüber, damit der Saft da drüber läuft. Jawoll. So sieht das schön aus. Perfekt. Jetzt hier direkt aufs Gitter drauf. Belunzt. Deckel wieder drauf. Es qualmt auch schon das Fett. Fällt in die Glut. Ja. So mag ich's. Ungesund aber lecker. So. Hier. Schon mal parat gelegt. Würstchen. Eine gute Rundumbräune hier. So können wir schon mal Brötchen stark da machen. Aufgeklappt hier. So. So. Komm schon. Ja. So ein bisschen so. Senfrohengelunzt. Ja. Komm schon hier. Ein bisschen mehr. So sieht's aus. Einmal oben drüber hauen. Und dann noch ein anderes Sößchen hier. So eine Chilisauce hatte ich da. Parat. Da kann man Burger. Barbecue Soße nehmen. Und hier. Gurken auf hier. Jetzt gucken wir mal was unsere Zwiebeln können hier. So. Da kann man reingreifen. Und hat schöne weiche Zwiebeln da. Die man gleich schöner drauf tunzen kann. So. So einfach geht's. Sehr gut. Oh. Und jetzt Würstchen nehmen. Da passt noch ein zweites drauf. Komm zu Daddy. Das andere da auch noch drauflümmeln. Und dann Freunde. Ja den Bacon nicht vergessen. So. Und nun Freunde ist kleiner. Der kleine Wurstdog hier fertig hier. Richtig. Zwiebelchen für die lute Hand. So. So. Kleines Zwischenbrötchen. Auf so einer langen Reise. So. Weiter geht's Freunde. Hier nochmal Rezept hier. Und jetzt. Oh. Ab in den Hals würde ich sagen. Fürs. So. Ja. Hier Freunde. Ich lösche das hier mal gerade ab. Und die Fahrt geht gleich weiter. So. Ja. Da kramt ein bisschen bei Onkel Johnny. Wenn ich Rast mache. Dann muss es können. So. Zack. Den Müll entsorgen wir auch hier. Da hinten ist hier so ein Mülleimer. So ein großer. Da gucken wir mal rein hier. Deckel auf. Ne. Müll rein. Deckel zu. Ja. Erledigt. Ja. So. Rein in meine geile Kammer. He. He. Hinein. He. 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 Prost. Das ist ein Stuntbier hier. Freunde. He. Alkoholfreies Stuntbier. Da kann man auch Autofahrten mitmachen. So. Und ab geht die Post. Weiter geht der Spaß. So. Hier. Ja. Bald hab ich die 700.000 Kilometer geknackt. Ah. Ja. Der Stirn. Es wird winterlich. Freunde. Und der. Hey. Was ist das? No. Johnny du Schwein. So Freunde, ich bin hier beim Grilljunkie Und wir geben alles Dann leg mal los hier Das ist eine Cam Und da drückt er mal drauf Ein ordentliches Burgerbrötchen Hat er da gebacken Das größte für Onkel Johnny Ganz genau Was macht er hier? Ah, das Fleisch Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier Der Pringel Da kann man ein ordentliches Gefährt draus bauen Dann lassen wir ihn mal loslegen Den Lümmel Bisschen Making of vom Grilljunkie Somit wird seine heißen Videos auf Da wird geknetet Komische Handschuhe hat er da an Naja, macht nix Ich guck mal zu Lass ihn mal machen Hol mir jetzt mal ein Bier Ja los, Gastjunge Meine Güte, Prost So Da fühl mich auch mal wieder ein bisschen mit hier für ihn Damit es schneller geht So, hier nochmal von unten hier Coole Fahrt runter hier Ja, die Hände Sie knäten So Ja So wird es gemacht Da ist das andere Gefährt Zwei Burger brot er uns Der Gaskel wird angehalten, Freunde Ja, für dieses Gerät Und das da hinten Er hat schon mal alles vorbereitet Und hier drüben Guck mal hier Da kommt der Bacon drauf Mh Na, es gibt noch ein paar Probleme Aber gleich hat er es Jawohl Sehr schön Schön abzupfen Ja, ja Der Junkie hat nicht zum ersten Mal gegrillt Wie ich das hier sehe Lass es zischen Ach, das Fleisch Tja, guck mal rein in seine Gaskel-Lümmeltüte Ich helf ihm da mal Hab ich Hüah Ist ja fast wie Bowling So So ein Lümmel Deckel zu Hüah Der Junkie ist schon am brutzeln hier Der Bacon sieht gut aus, Freunde So wie es aussieht, ist qualmt So muss es sein, mein Freund Für dich ist das doch schon fast wie Sex Das ist geistig überhaupt Baconbraten ist das Beste überhaupt Da hat wohl einer richtig aufgepasst in der Bacon-Schule Ja, ganz genau Aber hier brennt es ein bisschen an Schließen wir mal den Deckel Aber es sieht cool aus fürs Bild Ja, die Flames, Freunde So, Deckel zu Bisschen was gegen das Feuer tun Zack Na, dann zeig mir doch mal deine Smoker-Ratte Ja, während die Teile auf dem Grill sind Haben wir ein bisschen Zeit hier ein bisschen zu gucken Was hast du hier gebaut? Ja, ich hab mir ganz einfach eine Alte Hinterachse vom Polo geschnappt Schöne Felgen mit Reifen, wo noch rumgelegen sind Ein Gestell gebaut und mit alten Gasflaschen einfach angefangen zu bauen Wofür dient denn dieses Rädchen hier? Das ist die Verstellung für die, ja, Rauchklappe nenne ich das jetzt einmal Damit man die Hitze etwas regulieren kann, etwas genauer Ich seh schon, das klappt schon sehr gut hier Gut durchdacht Und nettes Gefährt Ja, ich hoffe, dass er auch gut funktioniert Wenn er mal fertig ist Was meinst du, wie viele Tage hast du jetzt schon drangesessen an dem Prototyp? Boah, kann ich da nicht sagen Zwei Wochen vielleicht jetzt Aber nicht jeden Tag Immer mal ein bisschen Immer mal ein bisschen Und was meinst du, wie lange es dauert, bis er fertiggestellt ist hier? Ich hoffe bis Mitte Dezember, dass ich ihn soweit fertig habe Hier hast du natürlich auch noch eine Klappe gebaut hier So Okay, also ich ziehe hier den Stift raus hier, oder wie? Ja Kommt schon, Junge Und Klopp liegt die Asche am Boden Nicht schlecht Es läuft Ja, es wird weitergehen Was soll denn das erste Gericht da drauf werden? Schon eine Idee? Nein Maximal vielleicht eine Beckenbomb Eine Beckenbomb Aus ganz vielen Becken gebaut Ja Aber wo ist der Becken? Ja Gut Jetzt gucken wir uns mal die nächsten Gefährte von ihm an Das Ding scheint ja noch nicht zu funktionieren hier Weiter geht's Nächste Station Kommt mit, Leute Zwischen Autoteilen Hat er hier was versteckt Sieht aus wie eine Werkbank hier Aber er hat einen Keramikgrill hier am Start Ganz genau Ja Habe ich mir damals selber das Tischchen gebaut Für den Monolith Und leider wird er gerade vom Junior Zweck entfremdet Mann, Mann, Mann Die machen Sachen Ja Ich guck mal rein in die Kiste hier Ja, er wurde schon mal benutzt Aber sieht auch schon nicht schlecht aus Dicke Wände hier Richtig geil das Gerät Ja Na gut Ich hab noch nicht so einen Teil Vielleicht im Nächsten Irgendwann mal mal schauen So Weiter geht's, Freunde Wollen wir schön sehen, was unser Burger macht Ich glaube, der verbrennt uns sonst Da müssen wir uns jetzt beeilen So Wir sehen uns am Burger, Freunde Mir nach Jetzt wird's tricky Jo Und hot Ich reiche dir schon mal das erste Blech an Der Moment des Umdrehts Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen Ja Alter Schwede Meine Hüte Fast wäre mir mein Plastikgesicht weggebrannt Der Fett muss Das Fett muss immer in den Grill Der Deckel ist drauf Der Junkie hat seine Schutzhandschuhe an Und zünden Jawohl Ja Der ist geglückt, will ich sagen Ich dachte, er will noch ein bisschen Bräunung von oben verpassen Die sehen auch so grau aus Zwei Sekunden können wir es noch anbrutzeln, oder? Einmal kurz anwärmen Wird's den Bacon eigentlich unter den Käse tun oder auf den Käse? Der kommt nachher auf den Burger Ah Ja, das ist ja der Burger Okay Oh Der Bacon wird geöffnet Das sieht schon mal sehr fein aus Im Qualms, die Fresse brennt, jawohl Die Flames Jawohl, das sieht ja richtig geil aus Käse-Time Ja Zack Und nächsten drauf Und ich Käse, das schließt den Magen ganz genau Aber es muss sein, weil alles mit Käse überbacken ist geil So, was hast du für'n Käse? Ich hab'n Butterkäse Und ich hab'n Cheddar Und jetzt Burn it Der Junkie holt grad den Bacon raus Seht zu Ein paar Streifchen sind noch drauf auf dem Grill Gut gebakt ist halb gewimpsed Deckel schließen Und lass'n wir kurz ausbrennen vom Fett Und dann kommt Brötchen drauf Ah, der Junge weiß Bescheid Dann gucken wir mal, wie's weitergeht Scheiße Pfeffer vergessen Junkie Hau den Pfeffer drauf Ganz genau Volle Programm Dann wird der Käse halt pfeffrig Macht nix Rüht doch auch nicht aus Und jetzt Burn it Anrösten Vor dem Brot Das ist ja eine feurige Angelegenheit hier Mh Mh Den nächsten Lübel drauf Dickel drauf hier Und dann hier Die Käsefleischwanne ist fertig Für den Cheeseburger Der Grill Junkie Klasse Mh So, guckt mal rüber hier Hier, da rüber Der Grill Junkie macht ihn Das Band zurechtgelegt Da liegen unsere Pettys Dann schnappen wir uns gleich das Zubehör Und fangen an Mit dem Zusammenbau Sogar der Grill Junkie hat eine dritte Hand Hau Manchmal faustet sie ihn auch Aber das hat er wohl verdient So Das sieht ja lecker aus Mh Das Grün Zeug Das ganze Zeug Oh Gott Nicht so viel Junge Denk ans Fleisch Das muss doch auch noch Platz haben Aber ich bin nicht zu Hause Ich hab's hier nicht in der Hand Ich kann das nur kommentieren Noch mehr Grün Zeug Ich hoffe das hört bald auf Gurken sind das glaube ich Oder Tomaten Und jetzt endlich Bleibt er ganz Oder müssen wir ihn tetrismäßig zusammenpuzzeln Er hält Freunde Oh Oh Ja Da haben wir den Käse übrig geblieben Das lohnt's da auch noch hinterher Schön ordentliche Kelle drauf Was da drin alles hier Was meinste Folge 214 anschauen von mir Ja Ein kleiner Spoiler Also so sieht's nach Folge 214 aus Okay Zack Jawoll Jetzt kann wieder Soße drauf Nicht geheizen Hast noch ein zweites Glas davon Ja Sieht gut aus Kurz lösen Herr Lümmel hier Ja Und Boah Das ist mein Apparat geworden Bloß nicht den Käse verkommen lassen Der muss drauf Was jetzt Nein Warum nicht den Bacon Oh verdammt Er versaut es mit Gemüse Wer hätte das gedacht Ich hätte lieber den Bacon genommen Aber eine Chance hat er noch Bis wo er den Deckel zuklappt Er kann's wenigstens noch mehr Bacon bedecken Und damit retten So Ah Sieht noch ganz gut aus Endlich kann der Deckel drauf Was hat er da wohl drin Ich frag ihn nochmal Was ist da drin Video anschauen Er fällt nicht drauf rein Naja Der Deckel kann drauf Oh ja Das ist für die Katzen Was rausgefallen ist Rezept hierfür gibt's beim Grill Junkie Mhm Folge 221 vom Grill Junkie Die Musik läuft schon Freunde Der Ninja hat auch sogar was zu essen Hervor ich's wegschmeiße Johnny du Schwein Der ist ihm wieder So Und ich werd mir hier so ein Gefährt hier Warte ich halt's mal hier unter's Licht hier So ich würd mir das Gefährt jetzt mal ab in den Hals ballern und gucken was er kann So Junkie Burger auf den Tisch Aber rucki zucki Aber du musst auch was mitessen Junge Ja klar Sonst fällt's mir hier vom Fleische Und ich schnapp mir jetzt erstmal so ein Bierchen Los Veggie Isst dein Gemüse Ab in den Hals Jetzt dir meinen Mund wachsen lassen Guten Mittag So jetzt ess ich erstmal meinen Burger her damit War lecker Freunde Ja ich hoffe die kleine On Tour Folge hat euch gefallen hier Johnny beim Grill Junkie Ich musste halt einen Gegenbesuch machen Wenn er bei mir war dann muss ich zu ihm ne So ist das nun mal bei Besuchen Also Boys & Girls ballert's euch rein Und morgen kommt der nächste Streich Hüah